Moin YouTube, in dem heutigen Video zeige ich euch meine Settings, womit ich die letzten Videos immer aufgenommen habe, Controller und Tastatur, weil ich spiele ja relativ viel Tastatur gerade, auch in Turnieren und ich zeige einfach meine Controller-Sense, meine Tastatur-Sense, meine Keybinds, ich werde jetzt nicht wirklich viel in den Brei reden, G-Light-Schneider hat mich vergessen und vergesst nicht den Map-Code, der immer hier unten eingetragen ist, zu spielen, unterstützt mich sehr, sehr dolle und vergesst nicht meine Streams reinzuschauen, ich streame täglich auf Twitch für drei, vier bis manchmal zehn Stunden und ja, danke euch, ciao, ciao. Bro, ein Wind live, bro. Nein, ein Schuss, ein Bullet, ein Gene, ein Dallium-Pulses. Ey, wie kannst du denn so Spielspaß haben, Mann? Spielst du voll, um wegzulaufen, oder was? Nicht wahr, ich hake den jetzt, mir auch egal, also ich sehe das auch für ihn, nur ein... Ey, guck ihn dir mal an, er ist wirklich... Nein, nein, wo? Oh. Shit. Ich schlug mehr als eine... Oh mein Gott, ey. Just like that, 190. Quick, please, go. 100. Selbst diese Leute kriegen wir in der Chat. Warte, wann muss das alles sein? Haben sie haben. Oh, Chad, das ist ein Riesen-Scan. Und der Impuls weg. Der Impuls weg, um zu pushen, Chad. Er hat das Spiel verstanden. Guck mal, jetzt macht er es wieder gleich. Weil, die zweite... Er hat bestimmt sechs dabei. Komm mal. Bro. Ich gehe jetzt rein, ist mir egal. Proopies, die ich kohnt. Und dann ist er tot. Just like that. Just like that, kohnt, Proopies. Oh mein Gott. Die Wand ist mein. Ich bin dran. Ich bin Loki am moving, aber auf Linea. Alter, ist der Goat. Warte mal. Ja. Ey, das kannst du auch echt niemandem erklären, na. Seine Wand, wie ist das seine Wand? Jetzt fällt er weg, oder was? Bro, ich habe... Ich hätte ihn no joke überfahren, ne? Guckt mal. Guckt euch das mal an. Dieses Drecksteil hat ihn einfach gerettet. Wie cringe. So, niemand hat danach gefragt. Die haben es einfach gemacht. Bro. Oh. Junge ist hell. Er macht nichts. Er bleibt einfach in der Box drin. Ja, vielleicht macht er doch was. Komm, jetzt kieh ich den. Schau zu, jetzt kieh ich den. Und jetzt läuft er weg. Seht ihr? Jetzt... Ja, genau. Fünfziger? Das soll ein Fünfziger sein. Ich habe ihn in die Fresse geschossen. No joke, das ist halt für mich cringe. Das ist actually cringe. No joke, das ist actually cringe. Ich habe ihn eigentlich eingeschult. Eins, dass ich ihn eingeschult habe. So, der Daily Headshot Snip kommt eigentlich nachher, glaube ich. Wie sicher war er, dass ich die Wand nicht bekomme? Schau zu, Chat. Schau mal, Chat. So, Tag. Ich kann einfach nicht zielen. Warum ist er sich so selbstsicher, dass er es gewinnt? Ich kann es nicht glauben, ne? Jetzt werde ich fassen, Headshot Snip. Bro, jetzt komm her. Das reicht. Der läuft gegen ihn, ja, ja. Ey, warum sind die Leute sich so selbstsicher, ich verstehe das nicht. Ich will auch so eine Selbstsicherheit haben, wie die Leute. Da springen wir da rum, Alter, als ob wir wirklich zu 200 Prozent das gewinnt. Ja, war sich so sicher. Ich habe alles über ihn, er läuft trotzdem gegen mich. Da ist der Chat. Da ist der Headshot. Da ist dein Daily Headshot Snip. Ey, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn gerade getroffen habe, ne? Ich war kurz irgendwie ein bisschen high, Alter. Ja, jetzt bist du nicht mehr so selbstsicher, ne? Okay. Ich muss ihn jetzt abfangen. Warte, schau zu, Chat, schau zu. Ich mache so ein... Was ist denn... Schaffe ich das überhaupt, Alter? Ich schaffe das halt so nicht, ne? Dieser Zug ist viel zu schnell. Warte, schau zu, schau zu, schau zu. Kennen diese Filme, wo man so von einer anderen Seite auf einer anderen Seite zum Zug läuft? Ich mache jetzt so einen Fortnite-Trailer-mäßig. Schau zu, ich schaffe das, ich schaffe das. Habt ihr das gesehen, Chat? Seid ihr selber erstaunt, wa? Zu crazy, Junge. So, full piece like that, just like that. Just like that, bro. Sniper. Nein, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, bro. Hat sich ausgesnipert, Digga. Du, go. Digga. Chat, das ist... Das sind diese I'm-him-Moments gerade, Digga. Das sind diese I'm-him-Moments. Not even gonna lie, Alter. Bro, chill. Boah, der will mich einfach mit, mit dem Snipen, ey. Fucken. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. God, das ist so eine Person, die nur snipen kann. Also, Chat. No joke, Digga. I'm-I'm him, Digga. Also, das ist halt nicht mein Cap oder sowas. Ich bin fucking hin. Oh, er ist ein Auto-Shotgun-Spieler, Chat. Hey, Bro. Kannst du mal aus meiner Box kommen? Du lo- Und dann, just like that? Oh, 200, just like that. John, 1-3-3-D. I don't get the fuck out. Oh, oh. Oh, boah, chill, 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 chill. Ich hab no joke. Ich hab's no joke nicht so gemeint. Das ist ein cool Spieler. Und dann, just like that. Drunk, peace, 200. Oh. Warte mal, Chat, chill, chill, chill. Ich seh' nix, wer den Busch mich blockiert. Ja, ich hab halt hier, du bist du nicht. Ja. So ein Buschkämpfer. Bro, das hat da mir grad in der Luft gedrückt, alter. Er hat mich grad aus der Welt gelöscht, fast. Ich dachte, ich bin tot, no joke. Schein like, like a diamond. Bro, was hat denn der für'n Ping schon wieder? Bro, boah, nicht so hoch, ich muss nicht clippen. Ach, egal, ich tue den nicht halt. Du willst. Ah, der clippet sich halt nicht. So, fast strike, Spide. Just like that. Ja, die lassen mich aber auch keine Clips machen. Der baut irgendwie nach oben, als ob ich irgendwie, keine Ahnung. Bro, wer macht sowas? Das ist so komisch, Digga. Wer den im Pegelab mit dem WFT, Digga, anstatt er die Shotgun draus zieht. Das ist so komisch, Digga. Oh, wie kann man denn so viele Builds haben, Digga? Ja. Das ist so komisch, Digga. So ein Juli, Digga, guckt ihn euch an. Ja, lauf mal weg. Bro hat kein Headset an, Bro hat kein Headset an. Bro hat auf jeden Fall kein Headset an, Bro hat kein Aim. Ich treffe zwei Leute mit in der Luft, aber ich treffe sowas nicht. Ich treffe zwei Leute mit in der Luft. Was wird denn sonst sterben? Oh, ich hab den gar nicht mal gehört, ne? No joke, ich hab den vorhin nicht gehört. Er ist einfach gespawnt. Ich, ich hab schon was gemacht. Just like that, Bro. Shit, ich hab schon was gemacht, ich bin tot. Ey, was macht denn ein Auto-Pump-Gun-User in meiner Runde, Digga? Oh mein Gott, ich verliere einfach Geld. Chill mal jetzt, Bro. Digga, warum bist du so frech? Ja, leck mein Eier, Larsen. Ich bin so fucking jung, Chat. Ich bin so fucking jung, Chat. Es ist eigentlich crazy, wie fucking jung ich bin. Oh, ich schaffte mir einen Sniper-Spieler hier. Don't like that, full piece. What, quickly? Back to peace. Oh, just like that, that's my Box. Fette Chaya-Noah. Dead, Digga. Dein Name ist einfallsreich, mein Lieber. Ich mag den. Fette Chaya-Noah. Oh, my God, Bro. Digga, schimmer, Chat. Anitta-Marx-Mini-Chat. 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 Diggga, ich bin so fucking jung, ne? Es ist crazy, actually. Wie ist das? Warte mal. Boah, wer spielt Wer kauft sich Flopper, Digga Boah, jetzt können wir her Du go Wir sind jetzt bei den Settings Ich werde jetzt einfach kurz erklären Es ist sehr viel Maus, Keyboard und Controller Ja, wie gesagt, ich spiele halt Low-Performance-Mode Das ist halt immer dasselbe hier Ihr wisst, das ist der Klassiker Hat, jetzt mal tief Und ja, jetzt kommen wir zum Wichtigen Also ich spiele auf Keyboard 800 TPI Und 6,1 Und ja, mein W-Min ist einfach 71 Also ihr könnt das auf anstellen Dann auf 71 stellen Und Controller bin ich jetzt auf Linear gewechselt Aber ich finde, ihr könnt auf Expo, wie gesagt, spielen Weil Expo ist halt besser Ich kann einfach Ich bin auf Linear gegangen Weil ich einfach zur Zeit Wenn ich Kontrolle spiele Wenn ich wieder viel Kontrolle spiele Werde ich wieder auf Expo gehen Das ist logisch Die Sens könnt ihr früher so lassen Das war ein Fehler Die Sens könnt ihr früher so lassen Also Der 8,34, 4,1,1,1,1 Ja, wie gesagt, Spiellinier Aber ihr könnt dieselbe Sens auf Expo spielen Die ist für mich crazy gut Und 10,10 Und dann halt Eine höhere Deadzone Wenn ihr Expo spielt Könnt ihr die Deadzone auf 6 stellen Falls ihr einen guten Kontroll habt Und Fußkontrolle habe ich halt aus Je nachdem, ob ihr das mit On aufspielen wollt Ich spiele aber auf Weil On ist halt irgendwie komisch Und das war es eigentlich schon Falls ihr meine Binds haben wollt Hier sind halt nochmal die Binds Scroll langsam durch Aber Ja, macht einfach Pause Aber es ist halt Und bei Keyboard ist es halt Also es ist halt Bei Keyboard seht ihr eh meine ganzen Binds Die sind da ja vorgezeigt Also ja Ja, Peer ist es halt irrelevant Aber es ist egal Aber ja, macht einfach Stop Und joa Das war's Ich bin der große Lechie G2 Lechie für euch B****